Auch Cardano rückt jetzt näher an unsere Kaufzone. Warum wir aktuell die Füße hier Sportportfolio-technisch noch stillhalten und wo wir dann jetzt hier vor allem Long-Trade-technisch als auch eben Sportportfolio-technisch dann aktiv werden möchten, schauen wir uns hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Cardano-Spezial-Update von Trading & Air. Wir schauen uns heute Cardano hinsichtlich der Alien-Wellen-Theorie an, gehen wie immer zu Beginn ganz kurz darauf ein, was sich die letzten 24 Stunden und was die letzten 7 Tage prozentual getan hat und gehen dann rüber in den Chart, wie sieht es da aus, was hat sich seit unserem letzten Update-Video getan, ja was ist aktuell unsere primäre Erwartung und welche Levels werden diesbezüglich für mögliche Long- als auch Short-Trades und dann eben gegebenenfalls auch Sportportfolio-Käufe mit unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe hier dann interessant. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Könnt ihr auch gerne mal eure Alkohlen-Wünsche in den Kommentaren da lassen, dass wir die dann ebenfalls hier zeitnah in einem Video hier nochmal separat behandeln. Start mit direkt rein, Cardano notiert hier aktuell bei den 51,17 Cent und ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 3,2% im Minus. Das gesehen auf die letzten 7 Tage sind wir hier mit 8,7% im Plus. Schauen wir uns gleich im Chart an, wie sich das Ganze eben hier seit unserem letzten Update-Video dann verhalten hat. Sonst kein Market Cap, hier sagt eine Market Cap von 18,1 Milliarden US-Ton und ist damit gesehen auf Rang 8. Gehen wir rüber in den Cardano-Chart und beginnen hier wie gewohnt erstmal auf dem Weekly-Timeframe. Ganz grundsätzlich für die Personen unter euch, die die letzten Cardano-Videos noch nicht gesehen haben oder schlichtweg neu auf dem Kanal sind. Wir gehen hier bei Cardano davon aus, dass wir ein Leading reinbekommen haben als einer der wenigen Altcoins. Dementsprechend gehen wir davon aus eine 1,2,3,4 hier einmal nach unten. Demnach gehen wir davon aus, dass wir aktuell bereits in unserer letzten gelben Welle 5 dieses ersten großen Leading der Engels sind und erwarten demnach jetzt im nächsten Bullrun hier Targets beginnend. Wohlgemerkt bei den 5,82 Dollar, was eben auch sehr gut korrelieren kann mit einem weiteren Touch hier unserer Resistance Line. Das wäre für unseren aktuellen Preis eben nochmal an ein Pump von hier 1.200%, sonst danach erst wieder die nächste Haltestelle beim One-to-One-Ratio, würde hier reinkommen bei 7.400%. Da sehen wir aber eher das 06.8er jetzt hier eben im Bullrun als nächste Haltestelle für Cardano. Gehen wir noch eins runter und schauen uns ganz kurz an, wie wir unsere gelbe 4 unterteilt haben, für die, die es interessiert, und zwar das Ganze im WXYXZ. Demnach ist mit unserem Low hier ganz, ganz rechts. Unsere gelbe 4 gefunden, wir sind aktuell in unserer gelben 5. Bevor wir da jetzt aber in die genauere Analyse einsteigen, ganz kurz wie immer noch der Hinweis. Sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, sowohl Long als auch Short, oder eben auch Spot-Portfolio-Käufe tätigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So sehen die Signale aus. Wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist natürlich keine finanzielle Anlageberatung. So traden wir. Ihr könnt diese Trades nachmachen, müsst ihr das natürlich nicht. Wir traden auf Budget, gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch darüber registriert, spart ihr euch im Endeffekt einfach einen Großteil an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr die Signale nachtraden möchtet, überhaupt keine Kursabweichung mehr. Sonst Talk & News kann man auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch für den Austausch in der Community interessiert oder einfach kleinere Trade-Ideen oder auch Updates von unserer Seite aus Intraday, heißt zwischen den Videos oder zwischen den Updates eben, nicht verpassen möchtet. Gut, genug Werbung in eigener Sache. Gehen wir runter auf den 4-Stunden-Time-Film. Wie unterteilen wir aktuell nochmal unsere gelbe 5? Das Ganze natürlich hier klassischerweise nochmal im Impuls, heißt im orangenen Count gehen wir davon aus, dass wir hier einmal eine orangenen 1 bis zu unserem Top reinbekommen haben und zwar das Ganze hier im Grün. 1, 2, 3, Sideways 4, Extension in der 5 und geben dann eben auch davon aus, dass hier mit unserem rechten High unsere orangenen 1 gefunden ist und wir seitdem bereits in unserer orangenen Wellen 2-Korrektur sind. Da beginnen die Targets eigentlich beim 0,5er, heißt hier bei den 40 Cent und Fokus liegt an sich statistisch gesehen auf dem Golden Pocket, beginnt bei den 36 Cent. Von dort aus würden wir dann spätestens hier nochmal eine Trendumkehr erwarten, heißt, dass wir hier in der 3 dann nochmal ordentlich durchstarten und von dort aus würden dann die Bereiche beginnen beim 1, 6, 1, 8er, heißt bei den 1,88 Dollar für diese orangenen Wellen 3, um dann eben nochmal eine 4 und 5 eben in Richtung unserer Bullrun-Targets eben reinzubekommen. Gut möglich, dass auch dann hier die orangenen 3 überextendiert, dass es eben die orangenen 5 dann eben zu unserem 5,82 Dollar, die wir für möglich halten im nächsten Bullrun dann nicht mehr so weit hat. Gehen wir runter auf den Stunden-Time-Film und schauen uns erstmal an, wie sich hier Cardano überhaupt verhält. Grundsätzlich wirklich ein Coin, der sich sehr, sehr schön nach Elliot-Wellen verhält, gerade wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit noch schauen, haben wir hier mal das 1, 2, 3 in Grün, was ich gesagt habe, hier perfekter 1, 6, 1, 8er Hit. Hier sind wir schön in unseren Zielbereich runtergestochen, direkt mit der A. Auch hier in der übergeordneten gelben 4 sind wir in unseren Zielbereich reingekommen, genau das Triangle gefinisht am 0, 2, 3, 6er, wirklich auf den Ascent genau und haben hier eben nochmal ein letztes higher High, damals in dem Video erwartet, das wir auch perfekt reinbekommen haben, dementsprechend hier mit diesem High unsere Orange 1 gefunden, sind dann auch hier ordentlich abverkauft hier runter, haben hier unseren Zielbereich gehittet, da hat sich ein bisschen was zum letzten Update getan, da gehen wir noch davon aus, dass es sich hier um ein WXY handelt. Aktuell finden wir es einfach ein bisschen schöner, das Ganze als ABC zu counten, nimmt sich aber an sich eigentlich nicht viel, haben dann hier aus unserem damaligen Zielbereich eben einen Pump hier von, ich glaube an der Spitze 30% hier rausbekommen, in unserem Zielbereich, unserer jetzigen roten B und ja, hatten den Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ein bisschen überstochen, haben dafür aber hier die Ineffizienz gefüllt und sind dann seitdem hier nochmal ein gutes Stück abverkauft. Da hatten wir letztes Video gesagt, sobald wir oder wenn wir unser WXY nicht holen und unseren größeren Street Tracement ausbauen, dann gehen wir davon aus, dass wir hier eben in einem etwas anderen Count sind, da komme ich jetzt dazu, ihr seht hier, das WXY lag damals bei den 42 Cent, haben wir gesagt, wenn wir das jetzt nicht zeitnah holen und eine größere Gegenbewegung reinbekommen, gehen wir davon aus, dass sich unsere Orangene Welle 2 noch ein bisschen ziehen wird und das ist jetzt auch aktuell der Fall, demnach gehen wir davon aus, dass wir hier einmal eine W eben im roten ABC nach unten bekommen haben, jetzt aktuell noch in unserer grünen X sind, um dann ganz wichtig im Anschluss noch ein letztes Mal in Richtung Lower Low abzuverkaufen und ergreifen dann die vorhin genannten Tages. Grundsätzlich gibt es jetzt hier die Option, also an sich, dass hier der Boden hinterlegt ist, dass das aber impulsiv zu zählen ist, ist zwar möglich, aber aus unserer Sicht aktuell eher unwahrscheinlich, wir gehen davon aus, dass wir wenn dann hier wirklich jetzt ein ABC hier nochmal nach oben bekommen, dann würde hier unser 0,5er relevant werden bei den 55 Cent, das wollen wir eigentlich schon sehen, dass wir das antatschen, sonst danach erst wieder unser Golden Pocket relevant, beginnend bei den 58 Cent in Kombi mit unserer Ineffizienz hier auf dem Stundenteilfilm. Von dort aus wollen wir dann spätestens unsere Trendumkehr nochmal sehen, um ein letztes Mal in Richtung Lower Low zu brechen. Da können wir dann aber wirklich genauere Wahrscheinlichkeiten angeben, sobald wir jetzt hier wirklich unseren korrektiven Gegenmove bekommen und dann jetzt hier eben in Richtung Higher High pushen. Sollten wir nämlich jetzt hier wirklich dann extrem stark pushen, unser Golden Pocket rausnehmen, kann das theoretisch der Boden gewesen sein, wir wollen aber wirklich eigentlich schon unsere 40 Cent nochmal touchen, bevor wir dann hier wirklich in der Orange 3 dann nochmal richtig durchstarten können. Wir können das mal ganz kurz, sollte dann mit unserem Top hier unser erster Sub-Inputs, unsere erste Sub-Struktur eben dann sein, unsere Targets bemessen, würden hier die Targets beginnen bei den 49 Cent, unser 0,5er Golden Pocket wie immer statistisch gesehen die höchste Wahrscheinlichkeit bei den 48 Cent. Deshalb jetzt hier eigentlich an sich erstmal ein korrektiver Move in diesen Zielbereich erwartet. Wir können aber auch noch ein bisschen weiter pushen, dann aber korrektiver Move in den Zielbereich, um dann nochmal in Richtung Higher High zu pushen. Wenn wir jetzt hier direkt einen großen Impuls Down bekommen, unser Golden Pocket rausnehmen, gehen wir davon aus, dass es sich hier bereits um unsere X gehandelt hat, aktuell ja unwahrscheinlich unserer Meinung nach, trotzdem aber möglich, dann würden wir hier dem direkt nochmal in unseren Zielbereich dann runterkommen. Da würden wir euch aber sowieso dann in der Token-News-Gruppe up-to-date halten. Sonst können wir hier sehen, ich habe jetzt einmal unser trendbasiertes Fibonacci-Tracement angelegt über unser WX. Wenn wir mit der X hier noch in Richtung unseres 0,5ers kommen, dann sehen wir, haben wir hier eine schöne Confluence beim Golden Pocket bei den 36 Cent. Wenn wir jedoch hier nochmal bis hoch kommen in unser Golden Pocket mit der X, dann eher hier Fokus auf 0,5er bei den 40 bis 38 Cent. Heißt, dann müssen wir jetzt ganz klar gucken, wie wir unsere X ausbauen. Ist natürlich auch möglich, dass wir die Sideways austragen. Aktuell unsere primäre Erwartung, dass wir eben hier ein A, B, C nach oben bekommen. Unser 0,5er schon mal mindestens touchen oder gegebenenfalls sogar unser Golden Pocket holen und dann je nachdem hier unten dann in Long Trades als auch Sport-Portfolio-Köpfe dann hier mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe einzusteigen. Heißt nochmal zusammengefasst, wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier zeitnah einen korrektiven Gegen-Move nach unten bekommen, um dann ganz wichtig, noch ein letztes Mal in Richtung Higher High zu kommen. Wäre schön, wenn wir jetzt hier unser 0,5er hitten. Sollten wir das instant hitten, ohne dass wir hier ein großes Retracement ausbauen, kann auch das hier bereits unsere X gewesen sein. Da einfach, wie gesagt, die wichtige Haltestelle nach oben raus, die 55 Cent. Wenn wir die getoucht haben, kann unsere X drin sein, um dann eben noch ein letztes Mal in Richtung Lower Low abzuverkaufen. Bei den ganzen anderen Altcoins gibt es, oder bei vielen anderen Altcoins, gibt es die Möglichkeit, dass wir eine überschießende B reinbekommen. Heißt, dass wir hier eine dreitellige A reinzählen würden, dreitellige B, um dann erst nochmal impulsiv abzuverkaufen. Gibt es aber aktuell keine Anzeichen hier bei Cardano dafür, sondern eher hier wirklich die genannten Levels im Blick behalten. 55 Cent, 58 Cent, um von dort aus dann eben noch ein letztes Mal in Richtung Lower Low abzuverkaufen. Das soll das jetzt schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und einen Kombi dalassen. Und sonst würde ich sagen, Trading ist raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.